Ich habe eine Eins in Mathe. Echt? Wach auf, Papa. Ich bin so stolz auf dich, Mia. Warum das denn? Als nächstes kommen Mia und Herr Müller. Das wird ein schwieriges Gespräch. Endlich hat meine Tochter eine Eins in Mathe. Äh, habe ich das? Wach auf, Papa. Wir müssen zum Elternsprechtag. Träume ich? Nein, ich habe wirklich eine Eins in Mathe. Oh mein Gott! Meine Tochter ist gut in der Schule. Mia wird mal Ärztin. Nö, ich werde TikToker. Komm, lass feiern, Mia. Nein, ich will noch mehr für die Schule lernen. Ich kann es nicht glauben. Geh lernen, mein Schatz. Geh lernen. Und danach putze ich das Haus. Wie bitte? Was ist hier los? Hallo, hörst du mich nicht? Herr Schmidt wartet auf uns. Endlich ist Mia ein gutes Mädchen. Ich war schon immer ein gutes Mädchen. Weil du eine Eins bekommen hast, kaufe ich dir ein neues Handy. Nein, das brauche ich nicht. Das lenkt mich nur von der Schule ab. Äh, Mia? Ja, Papa? Bist du krank oder so? Nein, warum fragst du? Ach, nur so. Vielleicht kommen sie auch ein bisschen früher. Ich bin schon sehr gespannt. Ich gehe jetzt lernen. Was essen wir heute Abend? Ich wollte uns Döner holen. Ich will aber Salat essen. Geht es dir nicht gut? Ich kann es nicht glauben. Du willst keinen Döner haben. Mama, Papa wacht nicht auf. Ach ja, Mama und Max sind bei Oma. Was mache ich denn jetzt? Ich hoffe, Herr Schmidt ist nicht sauer, wenn wir zu spät sind. Mia und Herr Müller sollten gleich da sein. Hoffentlich sind sie pünktlich. Warum wacht Papa denn nicht auf? Ich muss erst mal auf Klo. Okay, aber pupst nicht so viel. Warum sollte ich pupsen? Das ist voll eklig. Was ist hier los? Wer mag bitte vierze? Ich bin so glücklich. Endlich haben wir ein normales Leben mit Mia. Du verhältst dich merkwürdig, Papa. Mir egal. Ich bin so glücklich. Wie kann ich Papa aufwecken? Wir müssen in 15 Minuten in der Schule sein. Ah, ich weiß. Wie läuft es eigentlich mit Emre? Ich habe Schluss gemacht. Warum das denn, Mia? Jetzt kann ich mich auf die Schule konzentrieren. Wer bist du und was hast du mit Mia gemacht? Ich bin doch Mia. Heute ist der beste Tag meines Lebens. Wach auf, Papa. Was ist das denn? Was ist denn jetzt los? Das ist Wasser. Echt? Das hätte ich nicht gedacht. Was ist denn hier los? Wir müssen zum Elternsprechtag. Aber du hast doch eine Eins in Mathe. Echt? Ich dachte, ich habe eine Fünf. Nein, das kann nicht sein. Du bist doch eine gute Schülerin. Ja, bin ich doch. Haha. Können wir nach dem Elternsprechtag Döner holen? Du magst Döner? Ja, klar. Ich brauche auch ein neues Handy. Aber du willst dich doch mehr auf die Schule konzentrieren. Haha. Das war ein guter Witz, Papa. Also war das alles nur ein Traum? Das war der beste Traum meines Lebens. Steh auf. Wir müssen zu meiner Schule fahren. Warum das denn? Herr Schmidt will mit dir reden. Das hört sich nicht gut an. Ja, keine Ahnung, was der dir sagen will. Steh besser auf. Der Termin ist in zehn Minuten. Wie soll ich das schaffen? Warum hast du mich nicht vorher geweckt? Das ist doch nicht mein Problem. Na klar. Es geht doch um deine Noten und dein Verhalten in der Schule. Ach ja, stimmt. Jetzt geh vom Bett runter. Wir kommen zu spät. Herr Schmidt wird denken, dass ich ein schlechter Vater bin. Dann sollten wir jetzt fahren. Ich habe nur meine Unterhose an. Duschen muss ich auch noch. Dafür haben wir keine Zeit. Okay, komm, wir fahren. Willst du dir nicht vorher etwas anziehen? Äh, ja. Ich bin gespannt, was Herr Müller sagen wird. Dafür müssen die aber mal kommen. Naja, fünf Minuten haben sie noch. Jetzt komm endlich, Papa. Und? Wie sehe ich aus? Gut, aber wo ist deine Hose? Ich habe doch eine an. Oh, doch nicht. Wir kommen sowas von zu spät. Ich bin schon echt gespannt auf das Gespräch. Ich schreibe schon mal auf, was ich Herrn Müller sagen werde. So, wir können los. Darf ich das Auto fahren? Bin ich der Weihnachtsmann? Ja. Nein, jetzt geh zum Auto. Ich hole die Schlüssel. Nein, lass die Finger von den Schlüsseln. Oh, das ist gut. Das werde ich Herrn Müller sagen. Wo bleiben die eigentlich? Unser Termin ist in zwei Minuten. Gib mir die Autoschlüssel, Mia. Aber ich will Auto fahren. Du bist 15. Du darfst kein Auto fahren. Aber ich weiß, wie man Auto fährt. Woher das denn? Von Computerspielen. In Deutschland darfst du erst mit 18 fahren. So eine blöde Regel. Kannst du mir jetzt bitte den Schlüssel geben? Herr Schmidt wartet bestimmt schon auf uns. Ist ja gut. Hier. Danke. Jetzt lass uns fahren. Der Termin ist jetzt und sie sind nicht da. Ich werde noch fünf Minuten warten. Wenn sie dann nicht hier sind, gehe ich. Gehen wir danach Döner essen? Nein. Und was ist mit Bubble Tea? Auch nein. Kaufst du mir denn gleich ein neues Handy? Nochmal nein. Und? Nein. Aber ich habe doch noch gar nicht gefragt. Was wolltest du denn fragen? Bekomme ich mehr Taschengeld? Äh, nein. Wir sind gleich da. Sind wir pünktlich? Nein. Wir sind schon drei Minuten zu spät. Ich gebe Mia und Herrn Müller noch zwei Minuten. Dann mache ich Feierabend. Ich parke einfach direkt vor der Schule. Ja, dann verlieren wir nicht so viel Zeit. Können wir hier denn parken? Hm. Ja, bestimmt. Komm, wir gehen rein. Ich habe irgendwie Angst. Ich bin gespannt, was dein Lehrer sagen wird. So, jetzt reicht es Mia. Sie sind schon sieben Minuten zu spät. Das ist echt eine Unverschämtheit. Ist das nicht dein Klassenzimmer? Ja, aber Herr Schmidt ist im Lehrerzimmer, hat er gesagt. Okay, dann gehen wir zum Lehrerzimmer und klopfen da. Ich muss dringend auf Klo. Wir haben keine Zeit, Mia. Du musst es aushalten. Ich versuche es. Ich hoffe, das geht gut. Komm jetzt bitte. Wir sind zehn Minuten zu spät. So, ich gehe jetzt. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Dann muss Herr Müller halt einen neuen Termin machen. Wo ist das Lehrerzimmer? Da hinten. Okay, komm. Ich finde das echt respektlos. Naja, zumindest kann ich jetzt Feierabend machen. Oh, hallo Herr Schmidt. Hallo Herr Müller. Hallo Mia. Sie sind zu spät. Das tut uns sehr leid, Herr Schmidt. Tut es mir auch leid? Ja, sag, dass es dir auch leid tut. Na gut, es tut mir leid. Können wir noch über Mia reden? Ich habe jetzt Feierabend. Sie waren zu spät. Bitte, Herr Schmidt. Ich habe echt keine Zeit mehr. Machen Sie einen neuen Termin mit mir aus. Bitte, ich habe sonst kaum Zeit, weil ich jetzt mehr arbeite. Das ist ja so peinlich. Na gut, kommen Sie mit ins Lehrerzimmer. Danke. Komm, mein Schatz. Du bist so peinlich, Papa. Folgt mir bitte. Wir werden heute über Mias Noten und Verhalten sprechen. Okay, ich bin aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Hör auf zu pupsen, Mia. Aber du hast mich nicht auf Klo gelassen. Äh, das stimmt nicht. Ich fange jetzt einfach mal an. Erst sage ich etwas zu Mias Verhalten und dann zu ihren Noten. Okay. Mias Verhalten hat sich leider nicht gebessert. Aha, was macht sie denn? Sie stört den Unterricht und redet mit anderen Schülern. Ja, weil Unterricht langweilig ist. Außerdem pupst sie sehr oft in der Klasse. Gestern waren es aber nur 32 Vierze. Du kriegst zu Hause mächtig Ärger. Aber wieso? Ich habe auch gute Neuigkeiten. Echt? Was denn? Mia hat eine 4 Minus im Mathe-Test bekommen. Eine 4 Minus? Ja, Mia hat jetzt keine 5 mehr in Mathe. Das muss gefeiert werden. Juhu. Eine seltsame Familie. Gebt einen Daumen hoch für eine neue Folge und klickt auf dieses Video. Und dann lasst die Yo!